Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da sind so viele Sachen aufgestellt, dass man es nicht mag und dass es auch gut ist. Wie gesagt, es ist halt furchtbar. Es ist furchtbar und wir Nachbarn freuen uns auch, so wie der Herr Kommandant gesagt hat, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen und dass wir da sein dürfen. Und der Sepp, als Hauptnachbar, hat sich da was überlegt, wie er Frau Baron und den Herrn Baron beschäftigen kann. Raus bitte! Raus bitte! Damit wir da unten im Herrental schon eine gescheite Einheit sind. Ich glaube, das ist ja nicht so unwesend. Ja! Sepp, bitte warte deines Amtes. Ich weiß, du hast ja immer da, nachdem meine Nachbarn ja schon gearbeitet worden sind und Grafen und Gräfen sind, und ich kenne die hier auch wieder ein wenig, oder die streben wir immer ein wenig, bevor sie Feuer rein. Und jetzt haben wir, da gibt es ein sogenanntes Königsspiel. Und jetzt wollen wir dann wissen, wer eines der wirkliche König ist, da unten in den Tal. Und da müssen wir graben, gegenseitig antreten. Und das ist, es steht da, mit den, mit den drei Küppeln, die rechten oder die linken, je nachdem, wer es tut, und wer als erstes die fünf angeschossen hat, der darf dann den König umschießen. Wer als erstes den König umschießt, der ist dann der wirkliche König beim Moosgruben. Moosgruben-König? Jawohl! Ist das für mir jeder Dreistungsstau. Und das können wir die Spieleugenschaft beginnen. Also, Was möchte ich schon bei der Geschenke, kein Spiel umschießen zu haben? Die wollen dir keine Natur, ich will! Ich will nur noch mal, da hast du eine Wege Züge wasser. Ich will nur noch einmal... Der Max hat nichts mehr, wer kann was? Helmut, was ist denn mit dir? Der Preiker hat nichts zum Drängen. Das hab ich mal gesagt, Preiker... Was? Schwache! Was hast du vorhin stehen? Die Fräse auf, mein Maul! Ich bin mir in der Hälfte nicht mehr auf den Engel stehen. Ja, wie ist die Hälfte? Ja, was ist denn da drin? Dann musst du ja mit der Hälfte mal her. Was ist denn da drin? Ja, was ist denn da drin? Ja, was ist denn da drin? Weil ich so gewischt kann. Wir mit der Sehnsinle. Wir sind da drin. Wir haben die Hälfte nicht mehr. Mach sie wie oben, mach ich. Komm mal! Ja, das ist so! Das ist so! Wir sind da drin. Wir werden nicht. 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 Ich bin nicht dabei beim Treffen. Das ist ja gar nicht. Das muss mir da keiner. Aber so was überhaupt noch nicht besuchen. Ja, das ist ja auch ganz schön. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. Ich lass dir in Ruhe, gut? Das ist ja gerade mal aus. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja schon so. Das ist ja nicht Schmerzen, das ist ja der Hälfte. Das ist ja schon. Da ist ja nicht. Super! Der hat sich mit dem Schuss! Hör mal die Worte! 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 Sind sie dem Schuss? Warum hat sie mitmachen? Nein, mit dem! Nein, mit dem! Sie traut! Sie traut! Übertreten! Übertreten! Ja! Herr Drehenger! Jawohl, genau so! Du musst den Bernd reinhalten! Dann wird's endlich! Auf, von nachgüttes! Ja! Ja! Das wird feinste! Das wird feinste! Dürft abgreifen! Was? Nein, nein! Sie angreifen mal! Jawohl! Und! Ah! Ah! Nein! Ah! Den hat jetzt... Renate, den hat jetzt fleißen nicht mehr gelegt! Das ist so cool! Jetzt springt vorher nur mal! Jetzt springt vorher nur mal! Der König! Jetzt kommt noch mal! Der König! Jetzt kommt noch mal! Der König! Jetzt kommt noch mal! Dann, das ist so schön! Ja! Ich brauche jetzt! Ja! 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 Wir brauchen Sie fürs nächste Geschenk! Auf, alles da! Ja! Ich hab's hier so in Heimgeber! Oh, ich hab's hier so hochgegeben! Ich hab' da gar nicht geholfen! Da kann ich mich holen, ich will die Anbestand. Gib ja doch nicht du! Schau! Das ist so zuvor! Hey, 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 hey! Was macht ihr denn schon? Und der Herr Marx? Nein, der Herr Marx? Wir sind jetzt... ...dann er... ...heiß doch nicht! Ruhig, ruhig! Ruhig! Na gut, du hast aufgehend! Schlamm, wir gehen, aber... Hey! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Du sitzt jetzt hier zum Sprint und denk, da er bringt ihn los. Ruhig, tschau! Ja, genau... Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! So! So, du nimmst doch mal der Schuh, ja? Ruhig! Ruhig, tschau! So, du nimmst auch was? Komm, nimmst! Ruhig, tschau! Leif frei! So, lauf frei! Nicht lauf frei! Leif frei! Ruhig, tschau! Ruhig, tschau! So, mal sehen! So, mal sehen! So, wir kontrollieren, dass es in den Dreck gegen sie entgegen... ... ...und, oder geht's her? So, wie hören wir hier zu? Ja, das hingestellt ja jetzt 10 oder 12 Fragen. 10 oder 12? Ja, aufzahlen, wo's heutig ist. Ach so! Wo ist das? Mit den Herrenwohnen? Du hast eine Leute in den Schuh, ne? Wie? Ich muss jetzt seine Frau ausbauen! Hey, Leute! Der, was falsch antwortet... ...ust du schon mal rein? Ja, wo ist denn die F underscore? Wie? Ja, wo ist denn das? Da muss ich nicht leiden. Hörst du nicht, genau. Wann noch das? Na, ist das ja die F underscore, oder? Ach, der ist ja die F underscore, hier... ...weil ich noch nicht zurück... Also ihr habt, das neugierst du Почему? Da ist die F underscore! T, oh! T, oh! T, oh! T, oh! T, oh! T, oh! Das ist ein Kopfspiel, ja? Max, was ist denn hier? Ja, das ist recht gerne. Dann gehen wir ein wenig weiter zu dir. So, gut. Das geht nicht. Schauen wir uns das Handy an. So, ich lese Ihnen vor, was der Umstieg heißt. Ich lese den Heimegu. Das ist ein Kopfspiel. Ich lese den Heimegu. Ich lese den Heimegu. Heute gehören da rauf. Gehen wir da auf die Schuhe. Ich lese den Heimegu. Schauen wir nicht, seine Hosen auf dem Max. Da ist, da ist, da ist. Du hast dich auch gerichtet, und dann nimmst du auch dort. Und wie es geht, das ist ein Scheirung. Das kannst du mir nicht umgehen, dann fragst du noch was machen. Ja. Ich lese den Heimegu. Ich lese den Heimegu. Kannst du mal stattfinden? Nein, das geht sicher nicht umgehen. Ich lese den Heimegu. Ich lese den Heimegu. Ich lese den Heimegu. Wann ich jetzt ein paar Fragen für euch? Die ihr ehrlich beantworten sollt? Bei jeder Frage, die ihr euch einig seid. Sprich, wenn ich sag, was weiß ich, wann wir jetzt das Fenster haben, und du zeigst mit... Das weiß ich so nicht. Das ist dem Ursch. Das zeugt ihr mit dem gleichen Schuhgerät auf. Wie habt ihr Schnaps am Dranget? Dürfen wir auch mal aufzuhören? Ja, die hat es euch ja gesehen. Nur ein Schuh abzuhören. Ja, genau. Okay. Sollt ihr es kopfmäßig bereit? Max, jetzt muss es für uns gewinnen. Gut. So, erste Frage, Einstiegsfrage, ist eine leichte Frage, gell? Ja? Ja, ja, das ist so. So, das ist so. Ja, das geht schon. Max, der ist Backangestellter und dann weg. Ist das für ein Mann, das ist geschehen? Ja, 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 ja. Ich muss es nicht rum her, aber ich muss immer schiefen. Ich werde direkt nicht schlau. Ich werde jetzt noch was sagen. Ich werde ja mal schnapp sein. Soll ich mir jetzt erst was bringen? So, auf geht's. Probe. Bei eurem Kennenlernen. Wer machte den ersten Schritt? Ey, ja sowieso. Ihr habt zu. Ihr habt zu. Ihr habt zu. Ja. Ja. Nein. Nein. Bei jeder Frage, die ihr euch wenig seid. Ja, ganz einfach. Habe ich nicht geschafft, dass das ein Kumpelspiel ist? Nein. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ah ja! Ah ja! Einschließt alle super gelöst! Super gelöst! Jetzt wird es besser direkter! König? König? Ein bisschen direkter! Wenn beide Vorstellungen sind... Wenn beide Vorstellungen sind... Ehrlichkeit! Renate, diesmal dringend musst du uns hinterlassen. Diesmal war eine Fälle Geschichte, dass wir in den Buchhinsagen gesitzt haben, was? Tringe! Ja! Tringe! 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 Ja, ja! Du wirst nicht schreitzt, aber du wirst die Mühe! Jetzt, Max! Ich gehe! Geht immer! Wo passiert euer erstes Mal? Beim Arzt zu Hause oder bei Renate zu Hause? Sie hängt ein bisschen volle Tempe an! W Paina Mae! War es zu sweeter... Und Her回! Ja, das ist nicht offen! Wenn das argumentiert scheint, quer來hen! Ja! Mach es criticized! Max, sag du auch, was? Was? Max, sag du auch, was? Max, sag du auch, was? Ich hab jetzt auf der Haase gesetzt. Das ist das erste Mal geworden. 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 Nein, du, wie es ist. Du musst das auch nicht bringen. Du musst das immer bringen. Nein, das ist ja sehr oft. Du bist 7,5 Minuten auf. Ja, doch. Und ehrlich. König, geh jetzt schon in König. Fußfort, Siegfried. Diese Fragen haben wir denn. Max, Königsloppa. Gützgräufe? Ja, das ist ja die Antwort. Jetzt haben wir doch mal ganz so allgemeine Frage. Ja, allgemeine Frage. Ja, mit der Nauk. Mit der Nauk. Ja, mit der Nauk. Ja, mit der Nauk. Ja, mit der Nauk. Ja, mit der Nauk. Schwer weint schneller bei traurigen Filmen. Ja gut. Schlafen muss man das machen. Ich will das nicht. Ich will doch gar nix. Das sind ja meistens wirklich traurige Filme. So, jetzt wirds wieder ein wenig ernster, gell? Du kannst uns die Rechte ein wenig in Grenzen haben. Gehts wieder um was, gehts? Wer von euch beiden hat immer das letzte Wort? Renate, du sollst nicht lernen. Das hat der Herr gesagt. Du sollst nicht lernen. Jetzt müssen wir einen Strafstamperl einfüllen. Bewusst gelogen ist ein Stamperl. Genau, bewusst gelogen Renate. Du musst nicht ausdrehen. Ja, wenn du nicht da bist. Das stimmt. Ich glaube schon. Wer achtet mehr auf seine Figur? Wird du nicht ausdrehen? Wird das nicht ausdrehen? Ja, das ist ja auch nicht. Was ist das? Was machst du denn so was? Ich hab gesagt, ich leid das nicht ausdrehen. Ich glaub, Renate muss auch so was dringend sein. Ja, ja, ja. Da ist noch ein paar Schürzeichen. Ehrlichkeit-Stampal braucht er nicht. Nein, nein, nein. Ja, jetzt haben wir alle das... Ich hätte die eigenen Spreischen bestellt. Gut. Gut. Du musst deine auch greifen. Du hießt automatisch, ich hab mich schon deine gesehen. Ja, ich hab eine auch mal. Da bin ich ins Neugierer, ja? Ja, ich auch. Lieber Uli. Wer von euch beiden gibt mehr Geld aus? Ich bin nur so, weil er... Du, ich bin nur... Ich will schon kurz jetzt mal einen Berg hoch in einem Sonnenfraktor. Ich bin nur der Traktor. Ich hab da vor ein Zitle in den Kugel! Ja, ich hab keinen Wein, wenn man den anderen macht, oder? Du bist dumm, was der Kucki sinnieren. Läge einen von Hucka also mit dem Kucki. Ja, genau! Ja, mit dem Kucki! Bags, Rappen! Bags, Rappen! Bags, Rappen, Rappen! M arrivier, Rappen! ede Empower im K штumgramm in Steven Bags. Rappen! K separately derverb Assis, Rappen, Rappen... Denkste ich wieder besser mit ... ...und viel Honüsser Fernsehleuf Reviews. Hast du mit Ihr Kind? Ja genau, die liebe ... . . So, seid ihr bereit? Ja, der Max muss das ausfragen. Eine also sehr interessante Frage. Sie geht, der Max muss das ausfragen. Ach so. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Das haben wir schon gehört. Ja, klar. Also, wenn das, was eingefallen ist, bauen wir auf das Baum hin und muss zu mir. Wer hat den größeren Bauchumfang? Wer hat den größeren... Wer hat den größeren... Ah! ...bauchumfang. Ja, wie sind Sie einig, was da mal drangeholt hat? Nein, ich hab die Kopfhunde. Ich hab die Kopfhunde. Ich hab die Kopfhunde. Nein, natürlich... Ja, ich hab die Kopfhunde. Ja, ich hab die Kopfhunde. Ich hab die Kopfhunde. Ich hab die Kopfhunde aufgezogen müssen. Siege! Ich hab die Kopfhunde aufgezogen müssen. Dann kriegst du auch was drin. Ja, du bist auch der Konkurrent. Ich hab den Kopfhunde und Fäume auf der Straße. Da muss man zumindest Laute dazu machen. Wir machen ein Beispiel. Zum Beispiel Wenn ihr ein Ziel habt, wo drauf steht Schnee Nein, nicht ... Was waren das für Wölle Wo drauf steht Händler, dann würde ich halt aufstellen und mache So Das machen alle mit zwei miteinander Und wenn die zwei das Gleiche haben Dann habt ihr es natürlich 2 Klo zusammengefallen Wie beim Maymarrischbüsch So, muss der Teil in den anderen Stamm wieder kommen? Du bist du anders da oben gekommen, dann sieht ich aus. Sieg ist in den Kanten an der oben da. Das ist relativ einfach. Wenn du zwei hast, die was zusammenpassen, für euch zwei wichtig, eine Art. Du musst schauen, dass du zwei hast, die zusammenpassen willst. Wenn du zwei hast, die zusammenpassen musst du dann gemachsdrehen. Naja, das ist ja schon wieder unfair. Wieso? Das ist unfair. Also, wir wollen den Kanten weiter. Wir machen ein Beispiel. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Ich bin sehr begreiftet, ich mache gleich eine Frage. Dann höre ich jetzt... Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen... Ich sage jetzt zum Beispiel Mike und Henz. Fager. 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 Vielen Dank.